Was ist? Ich dachte... Ich bin HIT! Ich dachte, wenn man sich so tief aufschloten wird, als wäre... Ich bin nicht HIT! Jetzt! HIT! Kann ich mich hinter dir verstecken? HIT! Nein, bleib da! Respawn! Das wird ein geiles Video! HIT! Das ist auch HIT! Nein! Ich hab mich hinter dir versteckt! HIT! HIT! Das ist ja gar ein... HALN, ELE DR huh? Es ist sinnlich als Nardo. Guck mal. illahirrennt. Guck mal. HIT! HIT! Guck mal! Das ist ein Ruhm. Ich glaube hier. Tät. So gehts, so gehts. Wo ist der? Ich glaube hier als Tür. Hinter dir, hinter dir. Hey! Grüß Sie wieder. Sehr gut, sehr gut. Das sind Charlie-Shopys. Ja. 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 Christian, du hast ein Glück. 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 Was? Du hast ein Glück. Du hast ein Glück. Du hast ein Glück. Du hast ein Glück. Oder was? Hier Oli, Turm. Achtung, Achtung, Achtung. Okay. Halt. Halt. Wenn das auch geht. Was? Du darfst auf dem Turm, oder? Ich werde das auf einem Geschäft fertig machen. Okay. Halt, 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 halt! So reden. Sorry, sorry. Achtung, Achtung, Achtung! Achtung! Halt, her! Halt, her! Steintrette gegen, hey! Ja was Steintrette für von der Seite? Ja dann komm mal mit mir! Ok das will ich sehen. Wenn wir da durchkommen gibt's eine Cola heute Abend Hit! Hit! Ja keine Cola Ich bin Hitmann Von unten? Ja Ich hab keine Tracer Er sagt zu mir, da kommen wir locker durch Ich geh zwei Meter nach vorne für den Hit Wir müssen den Turm Black kriegen Der Turm ist die Schwachstelle hier hochziehen Da geht alles durch Sorry, sorry, sorry Hit! 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 Malin, bist du da? Ja, Bunker Malin, bist du da? Ja, Bunker